Hi Leute, freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine kleine Verlosung, um direkt auf den Punkt zu kommen. Ich bin krank, ich glaube ihr hört das. Ich fühle mich echt abgeschlagen. Ich mache aber trotzdem jetzt das Video, weil ich euch eine Verlosung versprochen habe. Zum einen ist es jetzt so eine Art Snack für zwischendurch, um euch so meine Dankbarkeit zu zeigen, weil ihr mich so super unterstützt und heute habe ich auch gerade 75.000 Abonnenten erreicht und ich habe mir gedacht, das wäre angebracht, eine kleine Verlosung zu machen. Meine Nase, mir geht es echt bescheuert, aber ich komme jetzt mal zum Punkt, was die Regeln sind und was ihr gewinnen könnt. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach nur Abonnent sein. Klar, ich mache diese Gewinnspiele auch nur für meine Abonnenten, die mich unterstützen und hinter mir stehen und toll sind und nicht für die Leute, die mich nicht kenne und mich nicht unterstützen. Meine Abonnenten, ihr seid herzlich eingeladen, am Gewinnspiel teilzunehmen. Wie macht man mit? Das Einzige, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar zu schreiben mit Enter me. Das könnt ihr von mir aus 100.000, 10.000 Mal hinschreiben, um eure Chancen zu erhöhen. Ihr müsst es euch so vorstellen, das ist wie so ein Gewinnspiel-Krug und pro Kommentar kommt ein Zettel mit eurem Namen rein. Also je öfter ihr einen Kommentar schreibt, desto höher werden natürlich eure Chancen, rausgesucht zu werden. Das wird natürlich nach dem Zufallsprinzip entschieden. Vielleicht habt ihr Glück und eure Kommentare stehen nacheinander in einer Reihe. Wer weiß. Aber wie gesagt, ihr dürft so viele Kommentare wie möglich schreiben, um eure Chancen zu erhöhen. Was gibt es zu gewinnen? Ich verlose 5 Oral-B elektrische Zahnbürsten. Ich putze mir selber damit die Zähne. Hier ist meine. Ich finde sie super. Entfernt viel, viel mehr Zahnbelag und viel einfacher. Das Zähneputzen geht dadurch viel, viel schneller. Es hat sogar einen Timer, der sozusagen bestimmt, wie lange ihr die Zähne putzt. Also ich bin so ein Mensch, da putzt sich manchmal bis zu 7 Minuten lang die Zähne und dieser Timer ist da sehr hilfreich. Und wie gesagt, die Zahnpflege geht auf jeden Fall viel schneller. Gefällt mir sehr gut. Für weiße Zähne. Ding. Von Oral-B. Professional Care, of course. Ja. Okay. Ihr könnt eine von 5 gewinnen. So sehen sie aus. Ich finde sie super. Nutzt eure Chance und macht einfach mit. Wie gesagt, schreibt so viele Kommentare mit Enter me, wie ihr wollt. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Gewinnspiel. Und ja, nächstes Herd-Tutorial-Video kommt sehr bald unter der Woche. Ich habe sehr gutes geplant. Also wir sehen uns. Und vergesst nicht mal den zweiten Kanal noch zu abonnieren. Für weitere Videos. Ich weiß, es gibt immer welche, die nie genug bekommen und nach diesem Video sagen, wann gibt es neue Videos. Also schaut mal vorbei. Ich werde heute noch ein weiteres Video auf dem zweiten Kanal posten. Also klick klick. Tschüss. Und viel Spaß beim Gewinnspiel. Tschüss.